Es war irgendwie so für mich die Geburtsstunde. Ich habe mehr erreicht, als was ich mir jemals erwartet habe oder erträumt habe. Alles, was noch dazu kommt, ist ein Bonus. Ich habe eigentlich vor der Musik als Billionerkünstler angefangen und plötzlich ein neues Genre aus der Taufe gehoben. He is indeed the king of electroswing.